Kennt ihr den neuen Kaleidos-Blog Digitalisierung? Neben bestehenden sechs Fachthemen, die wir an der Kaleidos haben, hat nun auch die Digitalisierung einen eigenen Blog. Dort findet ihr top aktuelle Themen aus verschiedenen Branchen und für verschiedene Branchen, spannende Interviews, Diskussionen zu den neuesten Trends und auch absolut nützliche Informationen. Schaut doch einfach mal rein, holt euch die Infos, diskutiert mit und werdet eventuell aktiv Autor oder Autorin. Ich freue mich auf euch.